Jöö, da wären wir wieder. Der arme Girugon ist jetzt hier rausgelaufen, zurück nach Burg Ironfist, durch den Teleporter, hat da die Damen wieder belebt und dann schnurstracks mit selbigen wieder hierher zurück. Hat nicht besonders lange gedauert, aber trotzdem habe ich es mal rausgeschnitten. Muss ja nicht unbedingt sein. So, und jetzt wollen wir wieder runter. Und angeschlagen sind wir wegen den immer wieder spawnenden Bar-Anhängern, die ja doch etwas lästig sind, gerade wenn man einfach nur mal kurz dran vorbeilaufen möchte. Weil ein Großteil von ihnen kann auch zaubern und die Echsenmenschen können alle schießen und ein paar von ihnen können auch zaubern und das läppert sich dann. So. Oh, Heldentum fehlt. Stimmt, 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 stimmt. Du. Heldentum. Und hier ist wieder der komische Teleporter, ne? Du Weile. Wow. Hey, hey, hey. Moment mal, was war das? War das gerade ein Instant-Tot? Okay, die Rüstungen sind kaputt und sie ist genau auf null Leben. Also könnte es wirklich einfach ein Handauflegen vom Untoten gewesen sein und dann weg. Nicht schön. Hast du das wiederbeleben Ding? Eine Stunde warten. Ne, du hast nicht den Regenerierhelm und alle sind müde. Na Gott, schlafen wir richtig. Auge. Fackellicht. Aber ich hätte schwören können, wir hätten... Oh, hat er viele Ringe. Ich hätte schwören können, wir hätten Lay ein Helm gegeben oder irgendwas ähnliches. Womit sie regeneriert. Damit, falls sie mal umkippt, immer wieder aufstehen können. Aber ne, sehe ich nicht. Komisch, komisch. Wollten wir ihr es vielleicht nur geben und haben es dann doch nicht? Aha. Ganz viele Ringe. Können alle verzaubert werden später. Oh. Oh, Feuerresistenz 6. Okay. Ja komm, verzaubern wir mal eine Sache wenigstens. Fünf Intellekt und Charisma. Könntest du auch gleich mal anziehen. Das hast du dir verdient. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so tolle Sachen machen kann. Und ich glaube, wir sind hier falsch, oder? Ne, hier ist die Kiste. Hier war der Lorik, oder wie er hieß. Das heißt, schon so eine Wahrheit. Sie hat es. Das sieht schick aus. 15 Ausdauer und 5 Rüstungen. Das kommt weg. Das kommt auch irgendwo. So hinweg. 10 Stärke und Charisma. Ja, das kann sich anziehen. Und Kristall von Terrax. Ja. Hoffen wir mal, dass es das ist, was der oberste Magier haben wollte. Auch wenn er eigentlich was von der Sanduhr gefaselt hat. Aber... Ja, definitiv besser. So, was machst du? 10 plus 6. 8 plus gar nichts. So, raus hier. Haben wir schon. Ja, haben wir. Stadtportal. Stimmt. So hätte ich auch... ...laufen können. Und warum kommen wir in Mist raus? Die nächste Stadt müsste doch eine Iron Fist gewesen sein. Ähm... Aber gut. Nicht in Frage stellen. Wir laufen jetzt einfach nachts zur Festung und fragen den verwirrten Magier, ob er das kristallartige Ding haben möchte. Wenn dafür Talana aufgestuft wird im Rang. Und wenn nicht, verhökern wir das Ding einfach. Pah. Wer ist deine Hoheit Albert Newton? Marquis von Mist und oberster Hexer von Enro. Für den Aufstieg mussten wir einen Brunnen finden. Äh. Und die Sanduhr war nicht da. Ah ja, stimmt ja. Ich wusste, dass ich das vergessen habe. Der Schlüssel muss aber da sein. Du brauchst den Schlüssel um die Schmiede von... Nun, ich weiß nicht mehr, wessen Schmiede es ist. Aber die Sanduhr ist dort. Glaube ich zumindest. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Besonders jetzt, da du den Schlüssel gefunden hast. Auf jeden Fall denke ich, dass es der richtige Schlüssel ist. Ansonsten kann die Schmiede oder das Labor oder was auch immer auf einer Insel nördlich von Neusorpical gefunden werden. Viel Glück. Ah. Schlüssel zu Garrix Laboratorium. Und was zur Hölle war da der Kristall? Kristall von Terrax. Gut. Wir sammeln unsere okkulten Gegenstände. Wir haben zwei, die den Stufen aufstieg haben. Das können wir jetzt auch machen. Und die ganzen Sachen verkaufen. Und dann gucken wir mal in unser Journal, ob nicht irgendjemand ein Kristall haben wollte. So, hier. Hast du durchgehend auf? Nein. Trainieren, trainieren. Die brauchen noch. Waffen. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Rüstung. Weg, weg, weg. Oh, den wollten wir eigentlich eher anziehen. Den Kürtel. Solltest du die Sache echt sofort anziehen und nicht in den Inventar lassen. Immer schön die Schulter auf die Charaktere schieben. Das ist eine super Taktik. Das kannst du mal anziehen. Das kannst du auch anziehen. Waffen, 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 Waffen. Die konntest du nicht verzaubern, richtig? Nee. Du hast doch ein Stück normales Schwert. Ja, das kann alles weg. So. Gleiches Spiel. Da haben wir die Rüstung. Aber da haben wir nicht so viel. Da haben wir nur eine. Verkaufung, Verkaufung, so. Kinkerlitzchen. Also erstmal Kräuter. Schon voll. Ja, sie hat langsam echt keinen Platz mehr. Wird Zeit für alchemistische Experimente. Du kannst das hier alles kaufen. Was hast du schönes? Gift heilen. Glückstag. Türkisamulett. Giftabwehr. Nix. Meister der Feuermagie. Stufe 12. Das ist so hoch. Und Expertenlehrer für Luft braucht man auch noch hier auf Minis. Mist war keiner. Bistmeister, Bistmeister, Bistmeister. Da wollten wir in Freehaven gucken. Ob wir einen Experten finden. Experten am Stab. Du Lampenecke. Seeräuberlager. Seeräuberlager. Reparatur hast du schon. Und er ist ja in der von Burgstone. Ja, nee, okay. Hier haben wir nichts zu tun. Wir wollten kurz in die Suchaufträge reingucken. Killborn Shale. Den Drachen töten. Sand oder Muße. Trinke aus der magischen Quelle. Zerstöre den vollpostenen Teufel. Besiege den Kriegsherrn. Schädel von Ethric. Oh. Das da eben war gar nicht der erste. Litsch. Oh, ups. Okay. Rette Emanuel. Das sind dann wieder Schlange. Findest verloren. Erfattet in der Dragonerfestung. Zerstöre den Alter der Beierwolfe. Nö. Nix von dem Kristall. Schade. Burg Iron Fist. So. Und jetzt waren wir auch noch nicht hier. Wollen wir uns auch noch kurz gucken. Letztes Mal, als wir nur ganz kurz mal gucken wollten, was da in dem letzten schwarzen Fläckchen war, haben wir diese... Ja, was war das jetzt? Katakomben? Grüfte? Irgendwas in die Richtung. Haben wir die gefunden? Wir könnten halt auch hier rumgehen. Warte mal. So. Nicht schreien. Genau. Da am Wasser lang. Müsste auch gehen. Du mach mal. Auge. Und sonst, wenn hier nix ist, gehen wir auch wieder nach Norden Richtung Schmugglerbucht. Richtung Schmugglerbucht. Richtung Schmugglerbucht. Und gucken da nochmal auf die Karte hatten. Wo wir uns umschauen könnten. Gegner. Gegner ist schon mal gut. vor allem leichte Gegner. Trotzdem kannst du ein Segen sprechen. So, hier haben wir schon mal was. Aber das ist nur ein... Elektrizität. Und heute ist nicht nur das Elektrizitätszeug. sind mal ganz schön viele geworden. Weg, 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 weg. Also da hinten ist der Schrein die Elektrizität. Im Süden war... die Kruft. Und im Norden müsste die Schmugglerbucht sein. Ja, da ist noch Platz. Da könnte noch was sein. Da ist aber ein Haus. Gut, gut. Mit noch mehr Bahnen hängen. Das ist eine Taverne. Sehr sympathische Ecke für eine Taverne. Mit hunderten von Bahnen draußen rum vor der Tür. Okay, nicht hundert, aber das ist eine ganze Menge. Der Hügel, da sieht verdächtig aus. Jo, unser Auge sieht ja was. Sehr schön. Aber interessant, wie viele Kerker noch versteckt sind, selbst in den Anfangsgebieten. Oh ja, ihr müsst jetzt erstmal besterben. Ich will nämlich hier in Ruhe schlafen. Wenn ich rauskomme. So. Ganz da hinten noch. Genau, Doom. Ist einfach abgehauen. Heilen. Nur noch mal heilen. So. Und dann können wir da reingucken. So. Oh. So, jetzt aber. Was haben wir hier schönes? Snärgles Höhlen. Diese Höhlen waren eins der Unterstück von König Rocklin, der jetzt im Exil lebt. Heute sind sie die Heimat des neuen Zwergenkönigs Snärgel. Und unsere Helden haben ein mulmiges Gefühl und wir werden sofort angegriffen. Okay, es sind schon mal keine lieben Zwerge. Licht. Hier sind noch keine allzu starken Zwerge. Aber es sind Zwerge. Und was haben Zwerge? Gold. Richtig. Au. Und Goldadern, die einstürzen anscheinend. Aber wir können uns immer schön hochheilen. Das passt schon. Heilen. Plündern. 346. Näh. Näh. Ist okay. Hm, ja. Oh, wir sind alle müde. Äh, du. Ja, okay. Das ist doch echt ein wenig lästig, jedes Mal Schwäche heilen bei 1-4 zu zaubern. Ist der später für die ganze Gruppe? Nein. Kein. 258. Also mit der Eile sollten wir doch ein bisschen vorsichtiger sein. Die negativen... Wow. Viele rote Punkte. Und sofort kracken mit Kopf. Und alle weglifften mit der Lade. Komm, 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 komm. Drittes Mal der Lade. Oh, jetzt auch. Okay. Kurze Rückzug. Du heilen sie. Also sind keine starken Gegner. Aber es sind viele. Obwohl doch, vor allem viele Fledermäuse, das sind schon die heiteren oder härtesten Fledermäuse. Und Segen ist weg und alles ist weg. So, Klappe zu. Du heilen sie. Du Segen. Komm, mach kaputt. Wir brauchen noch kurz mal Zauberpunkte. Ist okay. Du heil heil So, wir müssen noch zweimal entkrank halten. Genau. Das machen wir jetzt vor dem Schlafen, sonst können wir nicht schlafen und wir werden natürlich die Krankheit nicht mehr entfernen. Wollen wir dafür nur so und so lange warten. So, unten heilen. Nein. 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 Geh weg. Geh weg. Oh, das war jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Da hinten müssen wir hin. Ist er sicher? Nein. Du heil mal dich. Hier wieder hoch. Hier wieder hoch. Hier wieder hoch. Du heil dich. hat leider ganz schön viele Zauberpunkte. Trotzdem würde ich ganz geil erstmal vorher schlafen. Hier so.